Streamerin zeigt dir allein, Papa Plot is lost, aber it's Trimax, Switch am Limit von, ähm, kein Konzept, let's go. Warte, warte, das ist ne, oh ne, ähm. Oh, warte, 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 das ist ne, oh ne. Rockets Phoenix, lass es. Ähm. Das ist Brasilien? Brasilien? Es ist nicht Spanien, es ist nicht Brasilien. Ich hab noch zu geöffnen, oder? AAAAAAAH! Halt's Maul, Kevin! Oh, ich hab Real-Life-Durst. Irgendwer muss diesen Mann stoppen. Irgendwer! Ich hab von was Salz gegessen, jetzt hab ich... Durst. Real-Life-Durst. Digger, was mach ich denn jetzt? Leben nehmen. Boah, dann baue ich den On-Stream mit euch auf, alter. Natürlich. Äh, gut. Das. Achso, jetzt hab ich hier, oh. Damit ihr auch den Kontext versteht, das ist ne Frau. Ja. Ne. Wir schauen nochmal ganz kurz rein. Boah, dann baue ich den On-Stream mit euch auf, alter. Den Hype-Train bitte weiterhin ignorieren. Dankeschön. Ja? Bloß nicht rein-submen. Das stört hier bei den Reactions. Ja, ne, klar, passt. Ja, ne, ne. Wir verstehen das alle. Wir ver... Ich hab sehr Hunger, aber ich hab heute den ganzen Tag nur ein halbes Käsebrötchen gegessen. Kimbaluk, lass es. Ah, okay. Ich hab extrem Hunger. Du hast extrem Hunger? Also, äh, du hast auch Hunger, oder? Äh, ja. Ja, tatsächlich. Ja, super. Äh, leider, ich hab leider nichts da. Decker, Marc Gebauer, Comedy-Gott einfach. Also, ausgangssperre. Was? Aber nicht in Hamburg schon, oder? Das doch erst ab... Der hat gerade gesagt, ausgangssperre, walk out. Ab Anfang nächst... Es ist Anfang nächster Woche. Es ist Montag. Du darfst nicht ohne Grund raus. Ich darf nicht ohne Grund raus, auch wenn ich mein Auto nicht verlasse. Du gehst eh nicht raus, Max, also von daher, halt's Maul. Äh? Boah. Boah, der kam aus der Hölle. Boah. Alles, was aus deinem Körper kommt, Anni, ist die Hölle. Sorry. Boah. Der kam aus der Hölle. Der kam actually aus der Hölle. I'm so sorry. Ich hab den hier unten gespürt, Mann. Das war echt... Wuh! Maschallah. Okay, how many is it? Ah, chilliger stream, Leute. Chilliger stream. Chilliger stream. Nein, chilliger stream, wirklich. Wir sind hier wegen dem Content, ganz klar. Sie macht die besten Plays. Wir sind hier wegen dem Content. Chilliger stream. Nein, wirklich. So ein chilliger stream. So ein chilliger stream einfach. Richtig geil zum Chillen. Okay, why? Sorry, aber ich komm auf diese Brüste nicht klar. Die sind einfach so viel größer geworden. Digga, der Rap... Ich glaube, das mache ich lieber nicht. Am Ende tue ich mir noch weh oder so. Aber... Ich kann mich hier drauf lehnen. So ein geiler Stream! So ein geiler Content! Ohne dass der umkippt. Ich glaube, theoretisch könnte ich hier auch drauf klettern, aber... Ich habe Bock auf Cock... Ich habe Bock auf Cock... Ey, Jungs, ich hole mir noch kurz Augentropfen. Ich bin gleich wieder da. Casual. Ich hole mir Augentropfen. Nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was soll... Was soll das denn? Im Augen hat es ja auch Schleimhäute. Und die machen ja besoffen. Warum seid ihr alle so gut? Also so ranklos... Wieder mal kein Konzept. Videos, die keine...